Okay, erzähl nochmal, was habt ihr hier gerade gemacht? Ja, wir haben eine Einsatzübung gemacht. Als Lager haben wir angenommen einen Blitzeinschlag, wodurch ein kleiner Brand und eine starke Rauchentwicklung entstanden ist. Bis zum nächsten Mal. Wir haben dies dann in einer Übungslage abgearbeitet. Da gehörten dann zu drei verletzte Personen, die hier vom Atemschutz gefunden werden mussten und natürlich die Abriegelung des Gebäudes. Musik Das ist der Haupteinsatzgrund und die Übung an sich, um das Gebäude hier oben kennenzulernen oder die Gebenheiten für Wasserentnahme und so weiter, was uns im Endeffekt alles so betrifft. Musik So haben wir hier dann eben noch einen Rundgang gemacht und uns die Gebenheiten angeguckt. Danke. Super, dankeschön. Musik Musik Vielen Dank. Vielen Dank.